so liebe leute herzlich willkommen zurück zu einem kleinen weiteren part von remnant 2 ja geil und zwar sind wir durch dieses ubisoft symbol gelaufen durch dieses stargate was auch immer das ist ja und wir können von der einen seite zu anderen hübschen und hier gibt es ein großes labyrinth hatte wahrscheinlich im letzten part gesehen ich zeige es mal ganz kurz also ich meine labyrinth ist recht einfach weil wenn man sich nur die ganze zeit irgendwie links hält man automatisch immer ans ziel oder eben halt rechts man darf nicht nur beide wege gehen dann wird man verwirrt aber das hat nicht so ein klassisches labyrinth zu sein wir wollen mal gucken wollen wir rein können wir nicht ja gut paar zu ende scheide ja paar zu ende das waren und zwei gespielt abspannen ja was hast du gemacht ich habe gewalt angewendet mit gewalt öffnet sich alle toche was für eine geile animation die tür sich geöffnet hat wirklich das hat mich selbst so ein bisschen kopf na das ist ja ein tolles gebiet hat das du nicht höhen angst oder so danke fürs erinnern arschloch siehst du was da hinten wo jetzt genau ich muss ja mal gucken gibt es ja auch so einen spinnen aktivierungsmodus oder sowas ach du meinst da oben was auch immer da schwebt also da irgendwo da oben da dieser ball da ja ich sehe das bewegt sich doch was so richtig amerikanisch es bewegt sich wir müssen darauf schießen es verliert ein bisschen was in energie das kommt nur nicht hierher ich gehe weiter das ist merkwürdig 30 ja wenn du ganz kurz mal die schwachstellung triffst alles in ordnung bei euch das gute ist dass der loot nicht mit abstürzt sondern dann auf der kante oder so liegen bleibt ja beziehungsweise das letzte mal sogar jetzt gerade bekommen also da wurde echt an vieles gedacht ach so wenn wir spawnen das gleich sowieso wieder das zeug die zweite karte ist die zweite das zweite gebiet ja im ersten gebiet sind wir auch noch nicht komplett fertig weil sie wir sind den einen weg gegangen aber den anderen weg war auch noch ja ja nun witzig das kleine game ja im kleinen in detail kann man immer mal reinhauen oder das war so ein hier laufen steine rum das war so ein sauge rein ins auge rein was ist mit dir ist offen der ort wie kurz niedergeschlagene ich glaube hier ist nichts mit trennung hier müssen wir zusammenbleiben ja was ist der lieber ja wie du mal ran und guck dir das mal an jetzt haben wir diese objekte ob man die da so einführen kann ich mach mal das fungelnde weil das ja auch so ein bisschen fungelnd hier ist ja ne geht nicht geht nicht gehen beide nicht wir haben also das was auch immer es ist noch nicht weil ich dachte fungelnd war das ja auch so hier wir sind und fungelnd ist aber ja auf jeden fall ich mag ja auch ring des spieler wands was reinstecken erhöht mutschaden den nehmen wir ein auch nix wenn man lebensraub lasse ich drin ja genau ich habe diesen den sprint kann ich genau da kann ich rausnehmen den habe ich weggemacht ist ein sprint da bei mozarten ist ja dieses feuer da na ja genau das hätte ich dann schon gerne ne ok da ist doch eine rote säule was ist denn das ich auch schon gesehen keine einung also ja erstmal ganz normal weiter hier wer ja entweder nach oben oder nach unten halt ja nach unten erstmal oder oder bei der oben mal ganz kurz ausschauen wo ja kurz mal kurz mal über die über die felsen gunzen natürlich hast du noch immer diese portale hier ach so ok jeder kommt weiß ich noch nicht genau schön auf die leuchtende glocke da oben ja aber wirklich ach so dann bist du da und kommst du denn wieder runter ja komm ich hier wieder runter beziehungsweise ich kann halt auch noch den gang hier entlang laufen die steht neben der luft die habe ich runter geholt na klar du hast ja genau das ist ja wirklich lächerlich das ist ja wirklich lächerlich oh hier geht es weiter ahhh das ist nicht so gemeint sei doch nicht so eine kugel über dir gerade ja 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 komm mal rauf jetzt hier ach man jetzt nervt mich okay cool okay cool was hab ich jetzt hier nix was ist das ist so geil gemacht irgendwie ich mag das voll das ist ja oh oh ein silikonring natürlich wo sind wir hier welches spiel ist das das frage mich nicht hier aber das hier ist muss ich mir kurz mal angucken 200% erholungsrate als mod energie ja 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 es laufen überhaupt hier richtig weil unten lang ging es auch noch und ich bin verwirrt er hat die lutscht das man seiner ja ich muss erst mal was trinken muss ich hier ja auch dein Schock äh ständig oh gleich ich alkoi wenn das ja so weiter geht ja das spiel ist aber auch schon echt geil ja ich war oh die respawn sowieso gleich wieder ach ja stimmt aber den blut nehm ich mir erstmal nochmal mit das ist richtig das passt nicht mehr das passt nicht mehr das passt nicht mehr Meine Tasche ist voll. Nimm ich's mit. Ich würde sagen, wir fassen ihn kurz mal an, wa? Ich fass ja den Stein an. Das ist ja unfassbar. Wow. Oh Mist, mein Glas ist leer, aber die Eiswürfel sind auch so ziemlich groß. Das muss sich ändern. Ich muss da, da muss wieder ein bisschen Getränk rein. Ja, dann schütten Sie Getränk da rein. Ja, warten Sie, ich bin gleich wieder da. Das lässt er mich ja alleine. Da ist, also, wenn du solche Leute hast hier als Partner, bist du aber auch verloren. Das ist so professionelles Let's Play. Ja, aber wirklich. Ich muss ja die ganze Arbeit machen und der könnte sich erstmal hier... Red Bull, Aprikose, Erdbeere. Erdbeere. Katatürstlich, katatürstlich. Guck mal, da hab ich dir das Leben gerettet. Ach, hör auf, du Schwätzer. Erdrinkt an deiner Red Bull-Flasche da. Ja, das mach ich ganz gerne. Bei der auf jeden Fall. Ja, ja. Ich hab immer noch keinen Plan, wo wir hier sind. Ich auch nicht. Ich hab generell, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Spiel, oder eines der Spiele, ist das jetzt nicht das erste, oder einzige, sondern eines der Spiele, dass ich halt nicht raffe, worum es geht. Wo ich einfach nur von A nach B laufe und versuche, was zu vervollständigen. Ja, es geht ja halt im Grunde eigentlich um diesen, um dieses Saat, um diesen Jurus, nenn ich's jetzt mal. Naja, das, äh, ja, ja, klar. So, und das flaut nun langsam ab und das ist nur der Wiederaufbau so langsam so ein bisschen. Aber weiter bin ich jetzt auch nicht gedanklich. Ähm, wollen wir hier weiter oder nicht? Oder erstmal nach oben? Ähm, äh, ja, wir gehen mal hier entlang. Oh, äh, äh, weiß ich nicht. Oh, hier ist wieder so eine Tür, die du öffnen kannst. Ja, ja, und was ist das hier? Aber hier steckt kein Kristall drin. Äh, aua. Was ist, oh, was ist passiert? Ich weiß nicht, wo wurde er gerade angegriffen? Oh, komm zu Papa. Oh, komm zu Papa. Was ist das? Runenherz. Relikt, das muss ich mir auch nochmal angucken. Relikt, nee. Na, komm schon. Ah, das kommt da an, wo das Drachenherz ist. Achso. Ja, nee. Nee, ich seh schon. Nee, nee, nee. Ach, der Drachenherz ist ja schon in Heilung eigentlich. Ja. Ja. Mit dem Drachenherz sind wir ganz gut bedient eigentlich so. Ja. Wenn wir das weiter mit irgendwelchen Relikten oder sowas füttern, dann... Hast du aber eigentlich. Ja, nee, also... Also, wenn wir mal wieder die Relikte austauschen, wenn es stärkere sind oder sowas. Ja. So, dann wirst du hoch, sagst du? Äh, ja. Achso, dann... Da ist diese Tür, aber die kannst du nicht aufmachen. Ah, ja, okay. Ja, ich seh schon. Hm. Deswegen würde ich vielleicht erst mal hier lang. Ja. Weil da oben... Das ist ja auch was Feines. Ja. Aua! Yo! Ja, tschüss. Wir haben hier voll gestrungen. Ja, kam aber... Was macht ihr hier? Ja, kam aber wirklich. Du bist ja Rambock, Alter. Ja, wirklich. Also... Junge. Finde ich schon ein bisschen frech. Ist es. Ist es. Ach, da kommen wir wieder... Ah, da kommen wir wieder zurück. Nee, doch nicht. Ah, okay. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Äh... Wahrscheinlich müssen wir das Tor finden, damit wir da durch dieses Tor hier oben kommen. Natürlich. Ja. Deswegen Labyrinth und so. Ja, kriegst du hin, oder? Was? Kriegst du hin, oder kriegst du nicht hin? Ja, kriegst du hin. Was ist das an dem Stein? Mach nicht. Oh, nice. Ja, das ist passmatisch. Ja, du... Dann doch eine größere Reichweite. Ja, bleibkommen. Ja, bleibh, jetzt... das geht ja noch das passt nicht mehr das musste zu abschießen ja genau okay darauf kam ich nicht aber jetzt haben wir so einen kleinen shortcut und das ging jetzt an ach das war die tür von anderen seite genau der wittenschuh draus ja nicht nur das so dass es krass kommen nach oben das ist ja frech wow multiverse ich habe wirklich macht das helle habe ich nämlich vorhin gesehen von weiter weg also jetzt hat sich verändert jetzt wechselt so ein bisschen hin und herr ja ach jetzt immer wieder da jetzt immer wieder am anfang und das ist diese plattform die plattform oder eins davon halt so wird hier das ist ach du scheiße also wenn du ein bisschen wartest er findet er uns auf jeden fall auch einmal ein tor zum boss ja also zum vorraum zumindest siehst du da hinten irgendwo so ein tour was halt zum boss führt ja ich glaube das dritte oder sowas jetzt noch das geht ins nix da hinten das aber wenn ich meine plattform angucken dann zieht es wie zum beispiel hier das sieht es aus als wer die mit mir reingehen und nach unten fallen ja genau ich meine wir können es ausprobieren ich probiere es gerade den großen stein glaube ich irgendwie ich würde gern am leben bleiben ja erstes das und zweitens entweder auf die plattform mal obwohl da war nix hier fallen wir runter ja hier nein haben wir nicht haben wir nicht das ist ja frech warte mal bist du jetzt ganz weg ja ich bin jetzt weiß ich nicht wo ich stehe hier noch vor dem ding da und kann ja nicht helfen ok dann kann es natürlich sein dass irgendwann das tor wieder über mir erscheint und wenn ich ja ja klar ich komme gleich hinterher und das wäre ganz cool ja das ist das andere kriegst du schon hin kriegst du hin ähm jetzt guckst du mir zu glaube ich ne oder ja ja nun ähm 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 und da gucke ich ein bisschen in die röhre gerade ja ich habe so bist du denn nun ich bin neben also zu zeitig ach so ja weil ich dachte die plattform ist ein bisschen breiter ach so ich wusste es aber auch nicht du hast ja gleich beim ersten versuch glück gehabt ja das stimmt hat das spiel schon dreimal durchgespielt jetzt kommst du wieder da raus wo wir gerade was war das das sieht nach der kodier geschichte auch ein bisschen oder kannst du das benutzen dann kann ich nicht so viel zu tun aber so wirklich viel wirklich wirklich viel wo komme ich denn hier aus da wo wir gerade eben auch rauskamen oder ach das war nur wegen dem redikt haben hier wahrscheinlich dann in der schein so nur ein kleines secret da erkundung mit belohnt ja durchaus du dich aus ja dann kannst du auch den anderen probieren da was du senkrecht da unten guckt ja auch stimmt weil ich hab's nicht so mit dem glück diese das zum beispiel hier das das war ein trick weißt du die senkrecht nach unten gehen das ist kein trick aber die die gerade sind das ist ein trick wow fuck you ey danke entwickler wow also da würde ich jetzt hier ne hier noch nicht ne possiblich noch nicht ich würde noch die anderen ausprobieren das zum beispiel ja warte mal mit dem ja ja das treffe ich oh scheiße nice du hast es geschafft ja ich hab's geschafft und ich bin da oben wo wir dieses lila teil gesehen haben eben auf den treppen alter das also das spiel erneuert das herz oh das habe ich auch gerecht und jetzt komme ich wieder durch dieses tor zurück zu diesem ja lagerfeuer hätte ich bin ja gesagt oh das ist ja geil das ist mega krass bei verwendung werden fünf gesundheiten in graue gesundheit zu 40 ja ne auch nicht so wirklich ja ja ich komme ich bin hinter dir ja ja wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin es gab ja noch eine die seitwärts läuft also klingel weißt du jedes mal wenn ich dir hinterher geh vielleicht weißt du vielleicht bist du aber auch zu schwer für die plattform fuck off ich geh jetzt zum boss schmulig ja also ich glaube wir können da auch jetzt hingehen oder also wirklich zwei waren fallen aber du kannst gerne das andere das noch mal ausprobieren das ist uns geil jetzt bist du du bist daneben gesprungen ich höre es doch in deinem nase auch ziehen könntest du mich wiederbeleben hä wieso ich bin daneben gesprungen bitte ach so bist du ja jetzt stimmt steht da oben ja ja hm komisch äh ne habe ich nicht drauf also hätte ich jetzt solo gespielt ja hätte ich jetzt hier verloren ich hätte die gegenstände nie bekommen ja mal def die installieren ja aber wirklich refund zum boss oder was dann oder wie ich würde dann sagen zum boss oder was auch immer da uns dann erwartet das sieht man auch dass die plattform halt brüchig ist und irgendwie am explodieren ist die geht auch gleich kaputt die bleibt nur so lange auch wie das äh wie das tor dann da ist genau ja ja okay das macht sinn okay hier kommen wir wieder zurück ja 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 okay ja gut äh wir sollen vielleicht hier noch gar nicht so alles machen aber wir machen es einfach ich habe das gefühl dass wir hier noch gar nicht wirklich durch waren ich hab ja ja weil das war ein ziemlich kleines labyrinth dann ja gut wir gehen auch dieser also wir können ja halt auch die ganzen türen noch nicht aufmachen ne eben genau ja also deswegen müssen wir es mal weiter sollen wir hier sollen wir ihn machen ja rein da oh nein da kann ich drauf schließen wo kannst du drauf schießen da oh guck mal die türen hinter uns an ja aua alter aua alter aua sehr gut das wird ein größerer ja und wie fast so bis in die hochgegangen aua 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 na aua aua mua youtuber eua k 오a mor ma m Oh. Er hat jemand? hier wird viel munitionen fallen lassen das finde ich gut ja kommt dann drauf an welchen schwierigkeit hier gewählt haben oder du aua aua da hat der decke kommt irgendwie nicht gut Ja, das glaub ich's. Alter, ja genau, tot. Boah, du bist aber auch riskant. Fuck. Du hast ja deinen Hund, wie gesagt. Ja, genau. Sollte kommen. Nee, da greift noch an. Huh, das war knapp. Oh. Okay. Okay. Applitude. Neue Karte im Slot. Ja, Eigenschaft. Applitude, was ist das? Oh, E-Bereich. Wirkungsbereich. Wir haben. Ei. Okay. Oh, das ist jetzt die Hauptmission. Guck mal an. Hey, das sieht wichtig aus. Generalschlüssel des Portals. Weißt du, wir können dann alle Türen öffnen. Oh, lol. Möglich. Hm, okay. Das war ja angenehm. Ach da, diese Karte ist dazu gekommen. Genau, Amplitude. Ja, ja. Inspezieren. Oh, da sieht doch sick aus, ja. Hm. Ja, gut, dann haben wir das Gebiet soweit auch erstmal. Ach ja, das ging tatsächlich schnell. Das ging relativ flott, ja. Ja. Deswegen würde ich das mal ausprobieren an diesen Ja. Brutaldinger da. So. Das war ja gleich, also gleich hier in der Nähe. Ja, genau. Wobei, was ist links? Da waren wir auch noch nicht. Na klar. Ja, genau. Arschloch. Ja. Ja, ne. Kann man auf die Plattform noch einen Raum springen? Das machst du. Ja. Und dann funktioniert's. Ja, dann, 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 ich bleib dann hier oben stehen. Für mich nicht. Also. Ne. Springen kann ich nicht. Oh. Ähm. Da ist was lilanes da hinten. Wo. Wo. Oh. Wie kommen wir da hin? Auf der Map sich den mag er richtig. Aber hier im, äh, im Spiel sehe ich den anders. Oh. Oh. Ja, okay. Was ist? Achso. Oh. Was können wir hier machen? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Hm. Ähm. Oh, man kann den Generalschlüssel drauf platzieren. Oh. Ja, mach mal. So. 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 Lol. Auch wenn ich nichts verstehe gerade. Ich fände es dennoch faszinierend. Oder? Alter. Sehr gut. Muss ich den wieder wegnehmen? Ne. Nö. Hui. Das ist schon ein geiles Bild irgendwie. Ja. Oh. Checkpoint. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Halt man nicht durch zu sein hier. Nee. Okay. Ach, merkwürdiger Sockel. Das ist tatsächlich eine Quest. Okay. Das da oben ist wirklich ein merkwürdiger Sockel. Ja. Ah. Der Borgwürfel. Ja, aber wirklich. Der Borgwürfel. Aber wirklich. Ich hab's nicht mehr vor. Äم. Bitte? Ähm. What? Datsache ich mir mit dir vor. Du musst wirklich... ...auf die Seiten. Die haben ja dieser... ...was leuchtet dieser... Naja. Das wär mir schon klarer gewesen... Achso. Das war mir eben zu schnell, weil der so auf mich durchgepoltert ist. Oh, du bist tot. Hm. Ähm. Ja. Hm. Aua, aua, aua. Alter, ich spiel die ganze Zeit mit der Maus und Tastatur hier mit. Nein. Oh, au. Ah, da bist du in diesem Loch drin. Okay, ja, ja, ja. Was zum Teufel passiert hier? Und wen habe ich hier noch nicht? Ah. Ah, ich verstehe. Genau, wenn du die rausschießt, dann ist dein Loch. Und da kannst du dann natürlich rein. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Schild war das Klabyrinns. Ja, das sind diese Dinger da. Ich habe mich hier fest. Ich war im Würfel drin. Na, sehr gut. Also denk dran, wenn du die kaputt schießt und dein Loch ist dann im Würfel, da kannst du halt rein, wenn da sich dann... Ja, 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 ja. Alter, Finne. Holen wir sie uns. Ja, aber wirklich. Holen wir sie uns. Holen wir sie uns. Ja, der kommt gleich zu uns. Ja. Ja, tatsächlich. Der Wimbel ist fertig. Da haben wir hier immer Pause quasi. Das ist ganz gut. Ja. Ja. Ja, der kommt wieder. Ja. Äh. Ich bin tot. Ja. Also tot wie tot. I know, habe ich gesehen. Weil da mit der flachen Seite auf mich zukam. Ja. Ja. Zack. Dann könnte man rein, dann hier wieder zurück. Aber man kann halt komplett ausweichen. Das geht auch. Ja. Links, links, links. Der hat noch. Der hat noch. Der hat noch andere Seite. Da ja, links. Ganz links der. Da oberhalb ist. Der hat auch noch einen. Coole Sache, das eigentlich. Ja. Ach, die leuchten dann auch nicht mehr. Wenn die komplett sind. Ne, genau. Verstehe. Oh, der Hund. Ja. Da halt noch. Boah, also das ist ja. Aber Dave. Ja, aber wirklich. Da wurde ich ein bisschen platt gemacht. Der ist ja gut. So. Irgendwo sind aber noch welche, ne? Ja, da hinten. Da leuchtet noch. Und der da, ja. Und der auf der rechten Seite hier. Äh, unterhalb. Und ober der, ja. Über mir auch noch. Ja, da leuchtet ja noch. Aber kannte oder wat? Ja, nee. Da kam wieder flachen Seite zu dir. Äh. Aber war okay bis dato. Das, ja. Wir wissen jetzt, wie die Mechanik ist. Ja, ich muss doch mal kurz einen Schluck von meinem Red Bull trinken. Sonst ist die Energie halt flöten, ne? Ja, klar. Hm. Ah, so viel zum Thema Schluck. Das ganze Glas ist leer. Super. Schluck Specht. Ja. Manchmal ja. Hm. Vorsicht. Ja. Ja gut, der denn eigentlich immer umrennen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, also hier kann man erstmal stehen bleiben und alle anderen halt fertig machen, ne? Ja. Ja, der kommt wieder. Ja. Wow, wat? Ja, da kam da nochmal ganz... Ach, scheiße. Du bist ja, Mann. Du bist auch tot. Oh, ist das ätzend. Aber jetzt, du machst das schon. Boops. Ja, danke schön. Das ist das, äh, let's play, live. Na, okay, ja genau. Da hatte doch noch was. Oh, no. Weil ich dachte, der rollt weiter. Ja, ich wusste auch nicht, dass er nicht weiter rollt. Boah. Okay. Also eigentlich hat man wirklich genügend Zeit, die zu studieren, weil die halt... Ja. ...langsam sind und immer den selben Weg nehmen und alles. Genau. Ja, ja, wenn man halt... Ach so, wie kommt es? Nein, bitte. Weiter so. Am besten immer den hinterher rennen. Ja. Dann hat man erst mal genug Zeit dann wieder. Oh, der kommt wieder. Ja. Oh, mein Hund. Okay. Oh, jetzt kommt so... Wie, wo ist das kaputt? Diese komische Wand, oder was ist das hier? Ja. Ah, fuck. Das ist nicht gut. So schnell wieder in der Herrin. Ja. So, den Rest, ja, müssen wir mal gucken jetzt hier. Ich glaube, da müssen wir dann rein ins Getümmel. Da hinten, den habe ich schon, den noch nicht. Gut. Ach, da ist doch einer, ja, ja, okay. Nehmen wir uns auch direkt noch. Ah, ja. Der hier. Der andere kommt wieder. Mach du ein bisschen weiter, oder was? Ja. Ah, sehe ich schon. Ich kann halt den Weg nicht. Scheiße, ich bin tot. Hm. Das ist halt nicht, wo der eine dieses hat. Das ist das Problem. Da muss ich halt wirklich in der Herrin, auf welcher Seite. Ja. Das ist der einzige, der noch hat. Ne, und hinten, der, wo ich war. Ah, okay. Ach, da hinten, ja. Da wusste ich auch nicht, weil ich sei da. Okay. 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 den kann man auch gut blocken hat da ist es ja 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 jetzt immer schlauer ich bin genau in dem da auch macht ja da aber nur noch eins ja einer noch ne oder darüber ja da unterhalb war einer bei einem anderen den du gerade da kommt gleich wieder zu dir ok wo ist er hinter dir ja eine davon naja der leute da noch hier ja aber da andere leuchtet auch noch demokratisch auf nach dem anderen ja wo hat der seine ich weiß es nicht wieso leute denn noch wo hat er denn seine stelle auf der rechten seite das ist jetzt oben ist ja das heißt okay ja heil dich scheiße man ja aber wir wissen setzen wir wissen jetzt so ein bisschen die mechanic muss man irgendwie anders rankommen ja von der anderen seite vielleicht ja von der seite wo du kamst denke ich mir mal ja ich mach den vorne ja er ist schon mal weg ja er kommt wieder ja es kommt wieder so eine komische welle ja jetzt kommt das rein wieder ja jetzt haben wir soweit alles ne außer das tier ich bin jetzt mal weiter ja nice den habe ich ich wollte immer rüber springen ja dann flüchtig als fehler ja das ist war nice ok er hat noch die anderen seite ein ja wie kam ich da jetzt noch mal ran das ist schon eine geile idee so ja ist einer noch ne ja das ist welcher ja genau warte da wo du warst noch da etwas ne den habe ich erwischt gehabt aber trotzdem ist er glaube ich noch einer auf der seite der den oben hatte ah ja der da genau ich muss von der anderen seite kommen scheiße ja das ich vertreib ja man ist ich 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 du zu ich ich Was spielt man hier? Ja. Kommt wieder. Ja. Hättet ihr dich fast erwischt, das Ding. Oh ja. Oh man, muss nachladen. Kommt wieder. Ja. Ach, die Dinger kannst du ja abschießen, die auf dich zugeflogen kommen. Ach so, aber das wusste ich nicht. Okay, interessant. Das wusste ich nicht. Habe ich eben probiert. Mhm. Hier haben wir soweit auch mal alles. Ja. Boah ja. Oh, oh. Das wird... Okay, doch. Ich komme nicht mit dir mit rüber, ne? Ja, ne, ne, ne. Ja, ja. Alles gut. I don't know. Oh. Oh no, schlapp dich raus. Yo. Okay. Immer noch einen. Ja. Hab ihn. Jawoll. Alter. Alter Schwete. Ach du Scheiße ey. Und das musst du allein machen. Ja. Boah. Flux Prisma. Da geh ich doch mal auf Expertise ey. Ist jetzt komplett voll. Expertise ist komplett voll bei dir? Ja. Ist Level 10. 20% Ablängezeit. Reduktion. Ja. Alter. Ja. 80 Sekunden jetzt. Die Schilder. Na cool. Okay. Was ist das jetzt hier? Konflux Prisma. Ja. Ja. Wir haben so etwas bekommen. So ein Konflux Prisma Schlüssel oder sowas. Aber ich würde dich erstmal glaube ich einen kleinen Kratz setzen. Das ist sehr angenehm ja. Ja. Dann vielen Dank fürs Mitfiebern, fürs dabei sein, für die Geduld und so. Ja, aber wirklich. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.